ja hallo ich grüße euch wieder zu einem kleinen video und zwar nur eine produktvorstellung ja ihr seht jetzt ein paar kopfhörer aber genau das will ich euch nicht vorstellen und zwar dieses hier ihr kennt alle wir haben kopfhörer unterwegs packen die beiseite drehen die auf packen die tasche und schon knoten drin super diese schale soll dafür da sein das ganze auf zu bewahren und wir gucken sie uns die einfach mal kurz an großartig können wir ja nicht wirklich was festen so sieht die schale aus sie gibt zwar nach aber ist wirklich sehr haben wir hier so eine kleine tasche und wir wickeln das ganze mal auf und das war's ja es ist wahrscheinlich in meinen ganzen videos jetzt das kürzeste video was es gibt produkt link findet ihr natürlich wieder unten im kommentar und ja wie auch immer ich wünsche euch einen schönen guten morgen mittag und oder abend wie auch immer wenn ihr dieses video seht bis denn